Oh, Asanava, hallo. Hallo. Was machst du hier? Wir haben uns doch gerade erst gesehen. Naja, wir haben uns entschieden, dich zu besuchen. Hallo. Wer ist das? Dein Taschenträger? Naja, also, wir dachten, wir bleiben... Lappen überlebt hier noch nicht mal eine Stunde. Na, da macht ihr mir keinen Kopf drüber. Naja, werden wir ja sehen.